Chili von Karne Moin Jo Bei uns gibt es heute Chili Chili von Karne Nur halt ohne Karne Ja, vegan ist Chili natürlich Sieht super lecker aus Kidneybohnen, Chilibohnen Zwiebeln Ja, dazu wird Brot gereicht Kann man natürlich wahlweise auch mit Reis essen Das Zeug Ist wirklich super scharf Heute geworden, das ist ein 10er Alarm Chili Wie Homer Simpson sagen würde Sehr lecker Aber wirklich, wirklich scharf, mal sehen ob wir das Ja Ob es nicht zu scharf geworden ist für uns In dem Sinne Wünsche ich euch auch ein scharfes Wochenende Eine scharfe Woche, wie auch immer Ignoriert meinen Blödsinn Gelaber Wie immer, bleibt gesund Peace Ich bin raus Ich bin raus Ich bin raus Ich bin raus Ich bin raus